So, endlich mal wieder ein Duell machen. Hast du Bock? Klar, und weißt du, was eine super Idee dafür wäre? Äh, was denn? Wir spielen einfach mit 4000 Lebenspunkten, so wie im Anime. Das wird super cool, okay? Das ist total langweilig und die Duelle sind viel schneller vorbei. Bist du dir sicher? Nein, nein, lass mal machen. Das wird cool, auf jeden Fall. Na gut, okay. Ich hab sogar das passende Deck dafür. Okay, dann bin ich mal gespannt. Auf geht's! Duell! So, dann fangen wir einfach mal an und aktivieren diese schöne Karte, ne? Das sind 500 Schaden für mich und satte 1000 für dich. Und wenn wir schon dabei sind, komm. Nochmal hinterher. Einfach rauf da. Und komm. Wenn schon, dann einfach auch. Komm, hier, die dritte hinterher. Okay, aber nochmal kannst du die jetzt nicht haben. Das stimmt, aber ich habe die und die. Aber was? Ich mein, das... Aber wer spielt denn überhaupt so viele Burn-Karten? Du hast nur gewonnen, weil du angefangen hast, okay? Das ist mega unfair. Ich hatte nicht mal einen Zug, okay? Also gut, dann fange ich dieses Mal an. Und zwar spiele ich als erstes Mal zwei Karten verdeckt. Okay. Und dann spiele ich auch noch einen Monster verdeckt. Und dann bist du. Tja, dann wollen wir mal gucken, ob du mich diesmal auffallt. Ich aktiviere erstmal hier mein Meteor. Kein Problem. Dann, wenn du kein Problem hast, aktiviere ich jetzt schreckliches Feuer. Geht in Ordnung. Okay, dann aktiviere ich halt noch eins. Alles klar. Okay, dann ist das Game. Nein, ich habe feierliches Urteil. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ja, tut mir leid. Spiel ist vorbei. Hä, wieso das denn? Ja, zieh. Mach deinen Zug. Okay. Ja, gerechte Nachschweiße, Gigi. Ich habe aber nochmal feierliches Urteil. Ja, und ich habe nochmal gerechte Nachschweiße. Was? Ich meine, was ist das denn? Was ist das denn für eine Verarsche? Ich spiele nie wieder mit dir mit 4000 Lebenspunkten. Ich meine, was soll das denn? Wer ist das denn? Hекс Süper. Ich bin... Ich bin... Was.